Ja, fang mal an, Derrick. Derrick hat heute Geburtstag. Der, Derrick, guck mal, zeig mal deine Krone. Was steht da drauf? Wie alt wirst du? Ivan, geh da mal weg. Oh, was hat er denn da? Mein lieber Schwagen. Ja, mach mal auf hier. Ja, kannst du doch so aufmachen. Sechs Jahre wird alt und dieses Jahr kommt sie in die Schule. Hör mal, und der Opa macht eine riesige Schultüte, ne? Ich bin auch Geburtstag. Ja, du hast auch noch Geburtstag. Nein, ich hab heute Geburtstag. Nein! Das kommt hier drauf.